Liebe Gemeinde, Boah, ich werfe einen Schatten, der ist nicht klar, wurscht. Wie soll ich es machen? Ich mache es so mit Licht. Wichtige Ereignisse haben sich ereignet. Das 20. Internationale Sperrwufturnier hat stattgefunden. Und ich wurde von vielen Fans, also wirklich vielen Fans, ich glaube, über 100 oder 1.000, es waren wirklich viele Fans. Fans, sag ich, alle Fans. Wir sind Ehrenbrüder, Ehrenmänner. Liebe Gemeinde, für die Zukunft, wenn ein Sperrwufturnier stattfindet, das mit Abstand wichtigste Ereignis des Sperrwerfens, nicht stoppt das Sperrwerfen. Kommt vorbei, und ich komme aus dem Pilze. Wollen wir, dass die Leute vorbeikommen? Nein, eigentlich liegt es, oder? Komm her jetzt. Es gibt kein Sperrwerfen, es gibt kein Sperrwerfen. Das ist das Beste, was jetzt jemals passiert ist. Wo ist der Markus? Der Markus muss auch noch drauf. Ganz hinten, ganz hinten. Und jetzt ein kollektives Tschüss Gemeinde! Tschüss Gemeinde!